Leichte mit Schrotze? Oh, nö, ey, wie gu- was? Das war jetzt total Bullshit. Ja, ich hab wieder gute Laune. Naja, natürlich brechen dann die Frames ab. Abschuss? Nö. Ja, rennt mit dem Infusionspistole rum. Also, mit dem Infusionspistole rum. Hier gibt es nichts mehr als zu tun. Oh, doch da. Arbeit. Ja, schnell. Ja, eh, Arbeit. Meine Arbeit. Nö. Und Junge, das sollst du nicht so faul rumliegen. Also, komm ich nicht rein. Jetzt komm ich rein. Ja, Leute. Wir sollten fighten. Nicht hier töten, schlafen, tun. Nö, hu, es gibt alles Punkte. Ich will endlich mal run up und alles. Heute mal nur töten. Oh, nein, das war ein eigener. Haps. 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 Ja, wenn du was, was rätst du mir auch. Von die Knarre Quatsch hier. Haps. 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 Ja, wenn du was, was rätst du mir auch. Haps. Ja, das ist dann kacke. Ja, das ist försäute. Drei Cy Zhao verdient. Autosporn beim viv Die. Ja, ja. oh nein max die dritte max macht das wird nichts doch es wird was leute ihr seid aber sie haben auch mich warum scheiß schweck von denen oder was das auch immer ist aber ich habe gelten leiten gekürt sogar das wird geleckt angezeigt ja es war auf jeden fall den ding werten tötungs dem was wert und wie das sani dafür bin ich gern gestorben wir haben noch ein paar minütchen haben wir noch wir nehmen die erst die station ein dann machen wir noch die nächste folge voll und mehr heute ist ja noch das ding rausgekommen das bettel müsst ihr euch reinziehen so wird es jetzt öfters geben von dem her zeit gespannt was das ist es ist ein coole sache ich müsste es müsste ich heute rausgekommen sollen von dem herr das ist heute rausgekommen sein müsste deswegen schaut es euch an wir haben uns ist auch richtig viel mühe gegeben dafür war eine geile folgeaufnahme und so alles und naja ich weiß ich kann es auf die im dieses tanze definitiv total der pfeife rauchen aber der tipp ist ja auch behindert dass der typ total behindert ist oben und die da oben auch deswegen mit mir red ach man die heavy ich brauche kein heavy sie flippen schon wieder ja gut ist noch relativ ausgeglichen glaube ich ich habe gleich geguckt und wir führen sogar mal eine stunde aber ich muss jetzt dann noch ding machen haben noch ein bisschen arbeit ach so ich mache mal hier eine andere klasse jetzt will rostig ja ja natürlich wo ich mir jetzt rein andere waffe drauf hier ist besser auf die distanz tode gemeint uhr leck wie um galaxy drop galaxy drop wie weit sind sie hinweg granate granate ist nicht raus ich gucke mal habe ich noch mehr ressourcen für den max wenn die uns jetzt hier weg pushen an die an die person max nein an die börse an die person hinsatz doch die ressourcen gezogen herr wiederbelebt mich einer ja nö natürlich hat sie ressourcen genommen boah nö was bin ich jetzt das ich weiß nicht was ich hier klassisch bin eine leichte leichte mit schrotze oh nö wie guck was das war jetzt total bullshit was ich da gemacht habe aber der ober bullshit naja aber noch ein bisschen happy we need a baby haben wir brauchen viel ich muss ein bisschen weiter weg bleiben man simple no take e over iso what the hell das ist ein gegnerischen aber bei den legs wollte ich mir ab ab zu haben da kannst du das kannst du echt knicken ich habe jetzt elf fps jawohl dann gehen wir lieber mal supporten weil hier reißen kann ich hier nichts aber ich muss jetzt mal wie sie stellt habe bitte bitte so muss ich supporten weil ich sonst kann ich nichts machen gerade und sonst gehen wir zu porten alter ja ich würde ja gerne supporten wenn ich mal die toten sehen würde einfach mal rein so müssen wir hier oben daten zu sind abgezogen ja bin ja da naja ein habe ich noch gekriegt macht man ist die zwei kd ein bisschen madig aber reanimation eine zwei gott endlich einfach mal ins bahn wie viel oberpop zimmer hier 96 plus bei eiser 94 auch ziemlich oberpopt aber das sind die anderen gehen wir mal dahin wo bin ich jetzt hier gespawnt wo bin ich jetzt hier gespawnt gut das sind wir auch ziemlich am arsch was beschießt er mich wo beschießt er mich was wenn wir haben kann heute nimmt sich das wieder meine ich meine nimmt sich mit hoch ach so das sind jetzt wieder andere am werk ich habe ja nichts gesehen was soll ich denn machen ich nehme jetzt hier aber nicht die mauler und die razer und dann verziehe ich mich mal ein bisschen ins aus der resuppe bisschen weg von den ganzen fps räubern und generator sind zerstört worden dann gehen wir mal zu a da brauchen wir auch noch hilfe das wird auch noch hilfe brauchen so das ende dieser schlacht werden wir leider nicht mehr mitbekommen weil man jetzt dann gleich durch die aufnahme session und ich immer noch die massiv ist ein problem aber stirbt doch nicht kill ist es naja lassen wir so wäre bei diesem punkt wieder stehen und dann denken wir sehen wir uns das nächste mal und ja 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 ich denke wir halten das sowieso von kommt noch mal ganze panzer an mir ran deswegen sehen wir uns beim nächsten mal wieder und bisher hinten einen schönen sonntag und montag warm heute ist zum montag bis hin bis dann tschööööööööö b